einfach und ohne großen aufhalt umsonst disco skins bekommen könnt ja heute befinden wir uns mal auf cscopolygon.com das ist eine weitere roulette beziehungsweise gamble seite auf der eben ja mit coins auf gewisse flächen in diesem roulette retten könnte und der dementsprechend daneben verschiedene kreuen anzahl eine gewisse kreuen anzahl zurückbekommt je nachdem wie groß eben euer gewinn oder verlust ist und ja cisco polygon das prinzip umsonst coins bzw skins zu bekommen ist relativ einfach ihr meldet euch auf der seite cisco polygon.com mit einem steam account an hier oben drauf gehen seinen fluss team dann noch eure steam mobile code beziehungsweise eben mit der steam mobile app die ihr wahrscheinlich alle installiert habt kurz bestätigen und ja dann könnt ihr oben auf die coins gehen und meinen promo code m4 lk free eingeben dadurch bekommt ihr dann ja coins im wert von ungefähr einem euro und damit könnt ihr dann eben gambeln und ihr könnt einfach hier oben auf rückwärts gehen und dann euch ein paar wunderschöne skins auszahlen lassen man kann hier eben auf die frieden bots gehen und man sieht hier wirklich hier gibt es auch ein paar ziemlich teure knifes ja hier im 250 euro bereich aber wenn ihr da ein bisschen weiter nach unten geht dann findet ihr bestimmt auch ein paar skins für den kleinen geld wird hier zum beispiel eine signature von kenny es oder der tecnen isaac oder hier sogar zwei skins wenn ihr ein bisschen geld am sparen seid und ja es ist ziemlich ziemlich cool beim letzten wieder haben sich ja manche beschwert da der promo code eben ja nur eine gewisse kleinere anzahl an free coins bekommt ich glaube es war 5 cent oder vielleicht eben sowas in dem bereich 5 bis 10 cent waren das und ich habe mir jetzt mal überlegt dass ich mir mal eine seite eben heraus suche wo man eben relativ viel bekommt die seite doch relativ schwer zu finden wo sie sagen war auf den meisten bekommt ihr eben ein paar cent ja weil sonst würde sich das irgendwie auch nicht lohnen aber hier eben ein dollar in skins komplett umsonst ihr könnt auch gehen und dann eben die skins komplett auszahlen lassen oder könnt ihr euer glück versuchen und hier ein bisschen gambeln und euch vielleicht ein bisschen hoch ja vielleicht noch fünf euro vielleicht auf zehn euro und ja man weiß nie was ein glück bringen wird und ja das ist jetzt mal wieder eine seite wo ich meinen eigenen code habe das heißt ja wo ich dann eben mein eintode beantragt habe was auf den meisten seiten nicht so ist die einzigen seiten wo ich jetzt eben jetzt eine partnerschaft habe beziehungsweise einen eigenen code ist im cisco eck und cisco politik und auf den anderen apps sei es was für eine app oder was gott was eine seite eher gesagt dann bekomme ich nichts ja das ist auch so was das jetzt in der letzten zeit manche leute vorgeworfen haben dass ich eben aber jetzt hier nur die videos macht dass ich irgendwelche skins oder free points von der seite bekommen auf den meisten vorgestellten seiten ist es nicht so hier bekomme ich minimal was aber auf den anderen seiten bekomme ich überhaupt gar keine gegenleistung ja ich mache das eben um euch die seite näher zu bringen und da es eben relativ schwer ist wirklich gute seiten zu finden kommen solche videos eben auch nicht täglich ich hoffe euch trotzdem dass es euch gefallen hat bis zum nächsten mal leute haut rein und ja viel viel spaß mit euren und ja viel spaß mit euren free skins ciao